SCL Shopping Comfort Lifestyle Hallo und herzlich willkommen bei SCL, Ihrem Shopping Sender für schnelle Shoppen zwischendurch. Diese Woche haben wir was ganz besonderes für Sie und zwar den Ego Remover 2000. Und besonders in dem Sinne in 5 neuen frechen Farben. Ego Probleme fangen immer ganz harmlos an, aber noch können Sie etwas dagegen tun. Mit dem Ego Remover 2000. Fondierte Studien haben ergeben, dass der Ego Remover 2000 wirklich für jede Situation anwendbar ist. Kennen Sie das? Sie sind auf einer Party und irgend so ein Carsten drängt sich mal wieder in den Mittelpunkt? Kein Problem, wir können Ihnen dabei helfen. Mit dem Ego Remover 2000 kriegen Sie jedes Ego in den Griff. Praktisch verstaubar in jeder Handtasche. Für Mann und Frau. Und auch nächste Woche haben wir wieder ein weiteres ganz heißes neues Produkt für Sie. Haben Sie das Gefühl, nur mittelmäßig zu sein? Fühlen Sie sich manchmal unsichtbar? Hängt an Ihrem Schatten immer ein Hauch von Erbärmlichkeit? Sie wollen auch einmal im Leben ein makelloses Äußeres oder ein aufgepumptes Ego, mit dem Sie andere Schwächen überdecken können? Keine Angst, der Ego-Pusher wird Ihnen helfen. Alle Garantieansprüche verfallen durch den Kauf des Geräts automatisch. Durch Kauf eines Produkts bei SCL erklären Sie sich bereit, dass Ihre Daten von unserer drücklässigen Werbung weiterverkauft werden. Nebenwirkungen könnten Tera- und Rufe und Abzüge sein. Das Produkt könnte Nebenwirkungen haben und nicht beworben aussehen noch funktionieren. Bei Verlust von Seele oder Geist kommen wir für keine Kosten auf. Hilfe wenden Sie sich an den Termin Ihres Vertrauens. Nur hier bei SCL eingetragenes Warenzeichen.